Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Tech & Community Podcasts. In der heutigen Folge ist Tom Blankerts zu Gast. Tom ist MVP für Microsoft 365 Apps & Services und sein Themenschwerpunkt ist Microsoft Project. Viel Spaß! Ja, hallo Tom. Schön, dass ich dich im Podcast dabei haben darf. Stell dich doch mal bitte kurz unseren Zuhörenden vor. Ja, mein Name ist Tom Blankerts. Ich bin ebenfalls wie du Microsoft MVP. Mittlerweile auch Office Apps & Services und habe damals mal angefangen als Project MVP für Microsoft Project und bin seit nun elf Jahren mit dabei und begleite hier Firmen bei der Digitalisierung ihrer Projektmanagementprozesse auf Basis Microsoft Project oder Microsoft 365, muss man ja mittlerweile sagen. Ja, das ist auch direkt ein guter Einstieg, weil als ich dann so geschaut habe, der Tom, was macht denn der eigentlich? Und dann war das halt sehr Project-lastig. Das bringt mich natürlich direkt zu der Frage, wie wurde man denn damals MVP für Microsoft Project und wie groß ist denn eigentlich die Austauschgemeinde im Dunstkreis von einer Projektmanagementlösung? Eigentlich stammt das daher, dass ich damals eine Weiterbildung gemacht habe mit dem Projektmanagement und da haben wir mit Microsoft Project gearbeitet und meine ganzen Kommilitonen, die fingen an, über das Tool zu schimpfen. Das wäre ja ein Dreckstool, ein Mist-Tool, das geht gar nicht. Nichtsdestotrotz, wenn man auch mal auf die Seite guckt, Dreckstool.de, war Microsoft eigentlich Project immer so unter den ersten drei, vier, die aufgelistet wurden. Und da habe ich gesagt, also Microsoft entwickelt doch nicht so ein Tool, um nachher auf Dreckstool.de auf Platz vier zu kommen, sondern da muss ja ein bisschen mehr drin stecken, wie das Tool eigentlich kann. Und ja, dann habe ich angefangen, mit dem Tool zu arbeiten und ich war von Anfang an begeistert. Ich komme eigentlich klassisch gesehen auch aus dem Projektmanagement, habe dann dieses Tool einfach, oder das Tool hat mich fasziniert, bin an dem Tool hängen geblieben und habe dann angefangen, dementsprechend Lösungsansätze für dieses Tool zu entwickeln und auch mit zu implementieren. Und dadurch kommen möglicherweise, da ist auf Dreckstool.de immer auf vier stand, tausend Anfragen, Tom, wie geht denn das? Wie kann ich denn das machen? Kann man das machen? Ja, und somit bin ich dann in die Schiene Project reingerutscht, wo ich heute mittlerweile drin bin. Die Community selber ist relativ klein im MVP-Universum. Für Deutschland, Schweiz und Österreich bin ich alleine. Wow. Ich hatte auch schon so ein Gefühl, weil ich habe natürlich auch schon in meinem ganzen Berufsalltag mit Microsoft Project Berührungspunkte gehabt, ohne jede Frage. Ich komme also auf der obersten Schicht, komme ich damit klar. Ja, und dann wird es aber ganz schnell, wie heißt das so schön, komplizierter. Deshalb habe ich so Project, ja, das gibt es. Und deshalb bin ich momentan relativ dankbar, dass es diese ominösen Alternativen gibt, ja, also was einfach Kanban-Board-Lösungen sind. Aber nochmal die Runde zurück, weil das kommt ja dann aus einer Zeit, als noch mehr MS-Project halt On-Premises war. Richtig? So ist es. Man hat natürlich, ich sage mal so, viele wissen es vielleicht gar nicht, Project hat eigentlich jetzt, es gibt den Client, ja, genau wie es Outlook gibt. Es steckt natürlich jede Menge Infrastruktur dahinter. Das war schon immer so. Also Project MVPs, wir sind genauso wie die SharePoint-Jungs unterwegs gewesen, weil am Anfang baute alles auf SharePoint auf. Dann wurde, sage ich mal, das Reporting mit integriert. Und da waren wir dann unterwegs im SQL-Bereich, weil die Fachabteilungen wollen ja Reports haben. Das heißt, wir waren auch im Reporting. Dann wurde die Integration immer weiter auch in den Office-Server. Dann waren wir auf einmal in Word und Excel. Was konnte man da machen? Dann ging es weiter mit dem ganzen Part, das man den nächsten Step gemacht hat, in die Cloud. 2013 war es. Und ja, dann ging das Ganze in der Cloud weiter los. Und mit den ganzen Integrationen, die ich gerade schon genannt habe. Und natürlich jetzt mit Project for the Web in dem neuen Produkt, bewegen wir uns ganz schwer im Model-Driven-App, im Dynamics-Universum. Wir sind mittlerweile ja gewechselt von SharePoint weg in die Dynamics-Welt und bewegen uns jetzt hier eher in den Dataverse, beziehungsweise da natürlich in Power BI, weil das Reporting jetzt über Power BI durchgeführt wird, anstatt in SQL. Project selber hat natürlich auch eine sehr lange, ja, sage ich mal, Evaluationsstufe mitgemacht, weil Project immer wieder versucht, die Anforderungen der Organisation aus dem Management logischerweise auch in der Lösung zu implementieren. Das heißt zum Beispiel, Workflow sind wir bei Power Automate. Wie muss ich Power Automate implementieren? Wie mache ich das Ganze, wenn ich zum Beispiel im Enterprise-Bereich tätig sein möchte? Wie implementiere ich das in der Model-Driven-App? Das heißt, man bewegt sich in ganz vielen Technologien als Project MVP und nicht nur in dem Projekt, sondern wir bauen auf allen Produkten auf. Und das war das Ganze relativ komplex. Ja, ich merke das schon. Also ich hatte in der Vergangenheit eh auch wenige Begabungspunkte direkt mit Project, aber ich war öfter schon mal involviert zu der Zeit, als man dann die Project-Server-Erweiterung in einer SharePoint-Farm unterbringen durfte und halt dann zum Beispiel die Reporting-Services auf dem SQL-Server als Laufen bringen musste, um diese ganze Interaktion, diese ganzen unterschiedlichen Komponenten, wie soll ich mal sagen, störungsfrei an den Start zu bringen. Es war ein unwahrscheinliches Abenteuer. Seit wann gibt es überhaupt MS-Project überhaupt? Die erste Version gab es, also 82 war die erste Version momentan. Damals gab es die sogar noch für Apple. Ich meine, da habe ich nicht mit angefangen. Ich habe angefangen damals mit der Version 97. Da gab es auch nur die Client-Versionen. Und dann ging das so langsam in den SharePoint-Foundation über. Das war so dann die erst 2003er-Welt. Und dann ging es dann weiter in den, ja genau, also da hat das Ganze auch keinen Spaß gemacht. Das war wirklich, dass es so nicht flüssig lief. Richtig Spaß gemacht hat das Produkt, kann man wirklich sagen, ab 2010. Also 2010 waren eigentlich, der Übergang von 2010 zu 2013, da war das Produkt wirklich, ich sage mal, fast bugfrei. Es war einfach, ja, es war wirklich auch so, dass man wirklich sagen musste von wegen, jetzt kann man wirklich mit dem Tool arbeiten. Was sich bei Microsoft mittlerweile so ein bisschen bemängelt ist, ich weiß nicht, ob du das auch sprechen kannst, aber dieses Self-Service oder Verkauf von Self-Service-Portalen oder Low-Code oder wie wir es nennen wollen, ist meine Erfahrung, ich bin jetzt nicht gerade in der IT-Welt unterwegs, sondern klassisch wirklich bei Projektleitern, die draußen auf der Baustelle rumlaufen, die interessiert das überhaupt nicht. Also die können es auch nicht. Die haben da überhaupt kein Interesse dran. Die wollen ihre Reports haben und wollen damit arbeiten. Und da ist Microsoft, glaube ich, technologisch. Die, die den Podcast jetzt hören, sind wahrscheinlich auch sehr technologisch unterwegs. Aber die, die nichts mit Technologie zu tun haben, die haben da echt mittlerweile ein Problem mit, weil die werden so alleine sagen, ja, kannst du das selber machen. So unter dem Motto, nee, kann ich nicht, weil ich habe noch nie irgendwas darin gemacht. Ich kriege beide E-Mails und kriege meinen Report und will meinen Projektplan pflegen. Und das war's. Ja, aber das wurde jetzt so ein bisschen ehrlich gesagt. Weil ich, also wir kennen ja durchaus alle in irgendeiner Form die Marketing-Offensiven, ja, zum Citizen-Developer, ja, wo jeder vor dem Ansatz, dass die Endbenutzer oder das Business, die Business-Unit ja am besten weiß, was sie benötigt und gerade diese Personengruppen dann befähigt werden sollen, ihre Sachen selber zu konfigurieren, wie du schon sagst, im Self-Service einzurichten. Und wir sind natürlich jetzt sehr stark sofort in einer Welt, du hast es ja gerade auch schon gesagt, dass der Wechsel stattgefunden hat Richtung Dynamics, in Klammern Dynamics 365. Wir wollen ja den kompletten Namen nehmen. Und das gerade für viele Unternehmen, die in Microsoft 365 unterwegs sind, immer so ein kleiner Schockmoment ist, wenn man dann auf einmal sieht, oh, für Dynamics 365 gibt es ja ein Admin-Center. Da sind ja so absolute Nutzungsbereiche drin. Und wieso ist dann auf einmal hier Power-Ortware oder so, Power-Apps, die dann auch so Sachen nötigen. Wie ist da deine Erfahrung, weil du ja gerade auch schon gesagt hast, dass du in diesem Bereich unterwegs bist, wie reagieren denn deine Kunden oder die Kunden in deinen Projekten darauf, wenn die in diese Welt hier eintauchen? Ja, wenn ich mir das anschauen, kann man das in so einem Informatikers-Blackbox sehen, da sehen die das auch. Das interessiert die eigentlich, ja, ist so, das interessiert die eigentlich überhaupt nicht. Die interessiert eigentlich das Tool, ich sage mal, wirklich im Endanwender, wie kann ich meine Projekte pflegen. Was natürlich sehr stark im Fokus liegt, ist, dass die Projektmanagement-Prozesse, und da bewege ich mich ja dann nicht mehr in der Technologie, sondern wirklich in der Standardisierung, auch diese Agilität, die heute ja sehr oft vorgelebt wird. Wir haben Prince2, wir haben PMI, wir haben GPM, wir haben verschiedene Management-Prozesse. Das interessiert die, wie kann ich diese mit abbilden und so auch meine Informationen abbilden. Was sehr mittlerweile an Interesse findet, ist die Automatisierung. Und zwar, wie kriege ich viele Informationen außerhalb meinen oder aus meinem Projekt, was ich gepflegt habe, möglichst schnell zu mir transferiert, in einer Weise, dass ich damit arbeiten kann. Und da sind wir wieder bei dir, nämlich bei E-Mail. Und das ist nach wie vor ein Punkt, wo ich sagen muss, da sind auch die Tools, die jetzt existieren, ob du, oder ich bin ja ein Hasser von Aufgabenlisten. Planner ist, Planner ist, ich kann auch gleich mal sagen, warum ich ein Hasser bin von Aufgabenlisten. Planner, alle Tools, die dazugehören, am Ende der Nahrungskette steht immer der Kalender. Immer. Bei jedem, bei jedem, der draußen rumläuft. Der Outlook-Kalender, und das ist, egal ob OneNote-Kalender oder der Kalender, ist die Organisationseinheit Nummer eins bei uns Menschen. Das ist einfach so, weil dort wird unsere Zeit gemanagt, die wir pro Tag zur Verfügung haben. Und das ist auch ein Grund, vielleicht mal den Schwenk ganz kurz, warum ich Aufgabenlisten hasse, den Zuhörern das erklären, wie das Project MVP und redet negativ über To-Do. Feel free. Das ist die gleiche Produktgruppe. Richtig. Nein, die Problematik ist einfach dabei, weil wenn ich ein To-Do erstelle, dann hat ein To-Do oder eine Aufgabe erstelle, dann hat eine Aufgabe ein Anfangsdatum und ein Enddatum, korrekt? Ich muss ja zugeben. Ich gebe an, wann das beginnt. Ich arbeite da nicht so oft mit. Ah, siehste. Also ganz kurz für die Hörer, normalerweise ist es so, dass eine Aufgabe, egal ob es die im Planner-Plan oder in To-Do-Plan, egal in welchem Tool, das kann ich auch bei Apple in Aufgaben planen, hatte man Starttermin und einen Endtermin. Ich sage, okay, das startet diese Woche Montag und muss erledigt werden am Freitag. Das sagt mir aber nicht, wann ich das tue, weil ich brauche dafür Zeit. Und dann ist es nochmal ganz interessant zu wissen, ist es eine wichtige oder eine dringliche Aufgabe? Wichtig und dringlich unterscheidet man eigentlich darin, dass eine dringliche Aufgabe immer was mit Zeitfaktor zu tun hat und eine wichtige Aufgabe grundsätzlich meinen Zielen, meinen persönlichen Zielen, meine Berufsziele mich näher bringt. Und das ist nämlich der Punkt, dass ich dann auch noch priorisieren muss. Das heißt, da sind sie ja jetzt sehr mittlerweile dran. Das heißt, dass ich per Drag & Drop mir meine Aufgaben von To-Do in meinen Kalender reinziehen kann. Und dann kann ich sagen, okay, die muss am Freitag fertig sein und das mache ich Montagmorgen von 8 bis 9 Uhr gehe ich diese Aufgabe an. Und Kalendermanagement, ich meine, da halte ich auch sehr Vorträge drüber und bin auch als Dozent tätig an der BCW, habe ich selber eine Vorlesung für Zeitmanagement. Zeit kann man nicht managen. Auch dieser Name. Ich kann meine Zeit nicht managen. Das funktioniert nicht. Ich kann nur Aufgabenmanagement machen. Ja, das geht. Und das ist so eine Arbeitsweise, die sich von Microsoft eingebürgert hat und über die Straße läuft. Ja, wir können alle Aufgabenmanagement machen. Die Welt ist so toll. Wir sind alle so produktiv. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach Bullshit. Keiner ist produktiver, weil er Teams benutzt. Das Scheißding, das lenkt mich nur von der Arbeit ab. Das ist so. Ja. Das Erste, was ich deaktiviere, sind bei Outlook irgendwelche atmenden Fenster, nenne ich die immer, die aufkommen. Sobald das nämlich aufpoppt, ja genau, sobald das nämlich aufpoppt, dann bin ich abgelenkt. Pro Ablenkung kann man ganz grob psychologisch sagen, 15 bis 20 Minuten, bis ich wieder konzentriert arbeiten kann. Und die fehlt mir. Und bei jeder Info, die bei Teams oder sonst wo kommt, wir sind nicht produktiver durch die Tools, wir sind vielleicht informierter. Das lasse ich gelten. Ja. Aber wir sind nicht produktiver. Das kann mir keiner erzählen. Wow, ich habe gerade das Gefühl, hier könnte man doch glattweg mal einfach auch so eine Panel-Session mal daraus machen und diesen ganzen Themenkreis mal abzudiskutieren mit Personen, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Weil da ist schon auch Spannung drin. Aber du hast ja auch diese Sichtweise erarbeitet. oder hast du schon immer so deine Woche, deine Zeit und deine Aufgaben organisiert? Nein, es liegt wirklich daran, dass ich ja auch sehr viel zu den ganzen Themen in Social Medias unterwegs bin, bei YouTube, weil ich mich mit dem Thema wirklich extrem, extrem selber mitbeschäftigt habe. Warum? Weil ich neben MVP noch Triathlet bin, weil ich nebenbei noch eine Familie habe, weil ich nebenbei... Ja, und an dieser Stelle hatten wir eine kleine Internetstörung und nach einem kleinen Moment geht es dann auch schon weiter. Frozen. So Frozen Zone. Aber das macht ja nichts. Ich finde das schon beim Steinen dann passend zusammen. Macht dir da keinen Kopf? Rage ist natürlich ein gutes Stichwort. Kommen wir nochmal dazu zu dem Thema, wie organisierst du dich denn dann? Also ich nutze zu du. Entschuldigung. Nein, nein, Spaß beiseite. Also in Wirklichkeit nutze ich wirklich to do, aber to do nutze ich eigentlich für, sage ich mal, Aufgaben, wo ich daran erinnert werden muss nur. Zum Beispiel Tabletten nehmen. Das ist eine typische to do Aufnahme, weil das mache ich, gehe hin, nehme meine Tabletten, hake ich ab, habe ich gemacht. Ja, okay. Alle Aufgaben, die mir einfallen, sage ich jetzt mal so in dem Pfad MVP, ist es zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Gedankenfabrik. Hast du die auch? Nein. Also ich habe zum Beispiel Planner und da habe ich zum Beispiel meine Gedankenfabrik. In der Gedankenfabrik sind, ey, da könntest du mal was drüber schreiben. Dann mache ich einfach nur Planner auf, nehme das in den Link rein und schmeiße das rein. Podcast nehmen da drüber. Ey, cooler Artikel, da könnte ich mal was zu schreiben. Zack, weil du vergisst es wieder. Du fährst nach Hause und hast es weg. Und dann habe ich im Planner meine Monate, nachher jetzt ausgebaut, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli und ziehe dann diesen Artikel, also ich habe dann meine Selbstorga und ziehe dann den Artikel dann hin, wann will ich den schreiben und ziehe den einfach da rein. So, damit habe ich ihn schon mal drin und dann kann ich im Kalender allerdings wieder die Zeit dafür planen. Also, dann muss man sich natürlich auch dran halten. Ja, das ist auch so ein Part. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, Eigenorganisation und ganz viel Disziplin und das muss man auch lernen, mit Disziplin umzugehen. Wenn Menschen das nicht haben, dann nützt es auch keine Aufgabenliste und dann nützt es auch kein Kalender. Das ist wohl wahr. Dann ist es hinfällig. So, und also ich organisiere mich eigentlich auch mit den Tools, weil es auch gerne, ich möchte, sage ich mal, nicht nur Leuten immer sagen, aus der Theorie, es funktioniert nicht, sondern ich würde sagen, ja, ich habe das da und da getestet, aber da funktioniert es halt nicht. Und das ist mir ganz wichtig, dass ich da auch mit dem richtigen Feedback an die Leute rantrete, wo ich sage, naja, wo machst du das denn? Ja, ich mache das in To-Do. Dann sage ich, ja, aber wann machst du denn die Aufgabe? Wie viel Zeit brauchst du denn überhaupt dafür? Ja, dann sagt er zu mir, ja, da brauche ich schon drei Stunden, brauche ich aber fünf. Ja, ist das super. Wo steht das denn? Wo planst du denn das? Kannst du nämlich nicht. Kannst du nicht eintragen. Ja, du kannst die Dauer nicht festlegen. Dann kannst du also sagen, beginnt irgendwann, ist irgendwann fertig. Aber ob du jetzt halt montags beginnst und halt Freitag fertig sein soll, ob ich jetzt dafür in der Woche mir vier Stunden einplane oder anderthalb, kannst du ja nicht definieren. Genau, das ist das Problem. Genau, das kann ich in Outlook-Kalender, mache ich das. Dann habe ich aber jetzt folgendes, die ganze Woche voll geplant mit Aufträgen. Ich meine, bei dir wird ja bestimmt alles leer sein. Du hast ja nie was zu tun. Genau, richtig, korrekt. Woher weißt du? Da kannst du natürlich, genau, weißt du, dann kannst du natürlich morgens früh sagen, heute ist langweilig. Da guckst du mal bei ToDo rein, was hast du denn da für Aufgaben? Och, da sind ja noch 16 Aufgaben drin. Dann gibt es bei mir die Monkeys. Das sind ganz blöde Aufgaben. Monkeys kennst du wahrscheinlich. Sagen wir mal, Monkeys ist Finanzamt, Steuerbescheid. Das ist ein Monkey. Habe ich keinen Bock drauf. Ja. So, alle, die ich keinen Bock habe, kriegen Smiley den Affen davor. Ja, diesen Nicht-Sehen-Affen. Das sind die Aufgaben, die zuerst abgearbeitet werden müssen. So, das heißt, ich brauche Zeit für meine Steuererklärung. Die muss ich mir irgendwo in meinen Kalender reinplanen. Und dafür brauche ich Zeit. Und wenn da keine Zeit drin ist, kann ich die Aufgaben nicht mehr machen. Dann macht es aber auch keinen Sinn zu sagen, die muss bis Freitag fertig sein. Das schaffe ich nicht. Der Kalender ist voll. Und das ist das Wichtige. Das Arbeiten mit den Tools ist ganz wichtig, anstatt entsprechend immer zu sagen, naja, ich habe meine To-Do-Liste. Also, deswegen bringen Listen selber nichts. Und da auch nochmal auf wichtig und dringlich zu erklären. Ein gutes Beispiel sind zum Beispiel, was man sich merken kann, wichtige Dinge werden irgendwann dringlich, weil man sich nicht darum kümmert. Ja. Ich sage mal ganz ehrlich, wenn du jetzt natürlich sagst, du möchtest irgendwann Marathon laufen, dann sagst du, okay, du möchtest irgendwann mal anfangen zu laufen. Das heißt, du musst mindestens zwei bis dreimal die Woche trainieren. Das sind dann wichtige Sachen, weil sonst wirst du dein Ziel nie schaffen. Das Ziel ist der Marathon. Wenn du jetzt aber sagst, nö, ich gehe jetzt, ich habe aber Schuhe gekauft, jetzt geht es los, aber machst nichts, dann wirst du auch in einem Jahr den Marathon nicht laufen können. Das sind wichtige. und das Problem dabei ist, oder Arztbesuch, Vorsorgeuntersuchung beim Arzt, sind alles wichtige Dinge. Und viele Menschen gehen über, schieben wichtige Dinge für dringliche Dinge nach hinten. Und das ist das Gefährliche dabei. Dann werden nämlich irgendwann mal die wichtigen. Wie gehe ich mit wichtigen Dingen um? Ja, wird es wahrscheinlich schon gerade gehört haben, sie werden terminiert im Kalender. Und da werde ich mich dran halten und setze die dann auch um. Wenn da ein Arzttermin drinsteht, da kann kommen, was will, dann habe ich einen Arzttermin. Und das ist dann wieder die Disziplin. Sich keinen Druck setzen lassen, zu sagen, das mache ich so und selber den Fokus haben. Hat so ein bisschen auch was mit Persönlichkeitsmanagement zu tun, wenn ich so einen Fokus mal habe, wo will ich eigentlich am Ende, vielleicht ein bisschen spiritueller, am Ende meines Lebens mal landen, was will ich noch alles erreichen bis dahin, sich mal Gedanken zu machen und an diesen Zielen auch zu arbeiten. Das ist so ein Vision Board, was man sich auch, der schön dann natürlich in Microsoft abbilden kann mittlerweile, wenn man das machen möchte. Nein, Spaß beiseite. Es ist ein wichtiger Punkt, wo viele so sagen, es sind ja nur Termine. Da steht ein bisschen mehr hinter bei uns Menschen. Ja, das bringt mich natürlich direkt zu der Frage, gelingt es dir denn konstant, diese Disziplin zu halten? Ja. Ganz klares Ja. Respekt. Bei mir ist das manchmal so eine Wellenfunktion. Ich merke das immer daran. Also ich bin ja jemand, der dieses lustige automatische Blocken von Fokuszeiten nutzt, von Viva Insight. Und ich erwische mich halt regelmäßig dabei, wie ich dann diese automatischen geblockten Zeiten, die mir eigentlich helfen sollen, fokussiert zu sein. Entferne im Kalender, weil der blockt ja schön im Outlook-Kalender. Und dann sage ich immer, ja, das ist total super, aber das passt irgendwie gar nicht. Dann lösche ich die und lege dann da irgendein Stück Meeting rein zum Beispiel. Ja, das ist Training. Bei mir auch. Also das habe ich schon weit vor FIFA gehabt, dass ich meine Zeiten geblockt habe. Eigentlich mache ich das schon seit, weiß ich nicht, ewig. Mittagspause grundsätzlich von 12 bis 13 Uhr ist eingetragen, komplett. Und meine, jeden Morgen von 8 bis 9 Uhr People Resented, also Vorbereitung auf den Tag, E-Mails beantworten. Danach ist der E-Mail klein zu. Ich mache den gar nicht auf. So, dann nachmittags nochmal von 16.30 bis 17 Uhr. Und das zwingt einen dann auch zu sagen, ey, 16.30, Vorbereitungszeit. Also jetzt macht das FIFA. Ja, wie du schon gesagt hast. Also das ist ja auch sinnvoll von Microsoft, so ein Tool einzusetzen. Oh, 16.30, ich habe jetzt gleich Feierabend und arbeite nicht bis 20 Uhr und habe dann auch noch meine anderen Dinge, wo ich mich drum kümmern muss und kann. Das ist, man muss sich wirklich daran erziehen, dass ganz grob redet man so von knapp sechs Monaten, bevor das erstmal so ein bisschen bei uns Menschen angekommen ist, dass ich mich in diese Arbeitsweise gewöhnt habe. Es ist natürlich auch bei dir, du bist halt auch selbstständig, selbst und ständig. Das ist dann der Punkt, dass du, dass du da, ja, aber man muss natürlich auch in welchem Verhältnis man steht. Und Blogartikel und sowas, die schreiben sich auch nicht von selber. Wie gesagt, ich habe auch nach wie vor meine Erholungszeiten, habe eine Familie, eine wunderbare. Das muss alles gekoordiniert werden und das ist mein Kalender. Also wenn ich denen übrigens zeige, meinen Kalender, meinen Vorlesungen, dann gucken mich die Leute immer an und sagen, so lebst du, ja, so lebe ich und das ist sehr gut, sehr gut. Da ist auch, machen wir uns nichts vor, Thomas, da ist auch mal ein Termin bei, wo ich mich gerade sein lasse. Aber grundsätzlich muss man sagen, klappt das sehr gut und wenn man sich so das Ziel setzt und sagt, oh, ich habe es aber gut geschafft, dann ist das schon eine schöne Sache. Ja, also ich merke einfach bei mir den Unterschied, also wenn man eine Historie hat und man kommt halt aus diesem, nennen wir es mal, aus der E-Mail-Ecke, ja, des IT-Universums, Outlook ist mein Client und mein Outlook-Kalender ist meine Zeitorganisation. Es ist super, dass die im Sync ist, über alle Geräte hinweg, ohne den wäre es schwierig, weil ich merke mich die Sachen dann auch nicht mehr im Kopf, weil warum, steht doch im Kalender. Der Kalender sagt mir, wann ich wie wo sein muss und da sind auch dann die Zeiten drin gebrockt, die ich als Wegezeit benötige. Auch so ein Ding, das man gerne mal vergisst, wenn man Termine rücken, einen Rücken da reinlegt, was man ja vielleicht auch noch, also jetzt inzwischen wieder, muss man ja sagen, wieder von irgendeinem Ort A nach Ort B muss. Das war ja knappe drei Jahre nicht so unbedingt der Fall. Aber eine völlig andere Frage noch. Wie hast du denn eigentlich deinen Weg in die IT gefunden? Ja, wie habe ich meinen Weg über die IT gefunden? Ich habe eigentlich damals, ich war ja lange Zeit bei der Bundeswehr. Vielleicht liegt es das auch daran, dass ich sehr, sage ich mal, strukturiert und direkt getaktet bin. Ja, und darüber habe ich dann über die Weiterbildungsmaßnahmen bin ich in der IT gelandet. Ich wollte immer eigentlich IT-Administration, Projektmanagement, IT-Projektmanagement machen und dadurch bin ich dann auch in die IT gekommen, habe damals bei der Firma Schulmarkers, die wird da ja auch sehr begläufig sein, ein Praktikum gemacht in der IT-Abteilung. Ich war damals auch für Linux-Administration, ich war damals mal Linux-Administrator und bin dann über, ist okay, kann man ruhig sagen. Ist okay, man kann ja auch mal Fehler im Leben machen und war dann Linux-Administrator, habe da, das ist Growstorage damals mitbetreut für die Backups, bin dann allerdings nicht übernommen worden nach meinem Praktikum, bin dann bei der Firma AXIS gelandet als IT-Projektleiter, NCC AG. Ja, von der AXIS bin ich dann zu einem IT-Dienstleister im Mediapark gewandelt, auch noch im Projekt, da war immer Project schon mit drin, Project hat dann aber auch mehr IT-Consulting gemacht, gerade für Microsoft 365 und da fing ich auch schon der Kontakt zu Microsoft so ein bisschen an, bis ich dann irgendwann mal zur Bechtle gewechselt bin, über elf Jahre und von der Bechtle dann nachher zu Netpoint und ja, da bin ich jetzt nach wie vor glücklich angekommen. Fantastisch. Finde ich fantastisch, also klassisches Quereinsteiger-Thema. Ja, genau, also wie gesagt, ich habe Kfz-Mechaniker gelernt, also mal was ganz anderes, war dann auch noch mal im Straßentiefbau lange Zeit, wo ich auch viel Projektmanagement erfahren konnte, allerdings wirklich morgens früh Kanäle verlegen und ja, war super, also wie gesagt, jeden Weg, jeden Weg, den ich gegangen bin, habe ich nicht bereut. Das ist ja cool und du bist auch als Speaker zum Thema Projekt und an verwandte Themen unterwegs, richtig? Genau, ja. Als Speaker tätig, bin in dem Bereich auch, wie gesagt, an der FOM erhalte ich meine Vorträge in Essen zu dem ganzen Thema, werde immer wieder eingeladen in verschiedenen Veranstaltungen unterwegs und ja, das ist, ich meine, wenn man der Einzigste ist im deutschsprachigen Raum, ist es mittlerweile doch noch sehr ruhig um das Thema, sagen wir mal so, weil ich halt, ich bin auch ganz ehrlich, das Speaker-Thema ist zwar nice, aber ich bin da eher der YouTuber, weil ich dafür mehr Menschen erreiche wie beim Speaken, ist so, meine Auffassung oder beim Podcasten, da gibt es andere Medien, die mehr Reichweite erreichen, wie wenn ich als Speaker bin, aber nichtdestotrotz bin ich als Speaker unterwegs. Ja, kurz dahin war es auch schon für unsere Zuhörer, die Links zu Toms Social Media Endpunkten, ja, egal ob es jetzt das Profil oder Podcast ist, findet ihr natürlich dann auch in dem Blogartikel zu dieser Episode. So, wie sich das gehört. Ja, cool Tom. Ach, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen, jetzt kriege ich richtig an den Deckel, warum sagst du to-do-listen, taugen nichts, nein, Spaß bei Seite, also ich meine, da habe ich auch schon in Hamburg bei der Meetups Vorträge zugehalten zu dem Kalenderthema und so, also ich stehe dazu. Ja, und wir wissen ja auch alle, dass Microsoft gerne immer uns einfach nur befähigen möchte, uns einen bunten Blumenstrauß an Werkzeugen zur Verfügung stellt und uns ja nicht sagt, wir sollen dieses eine verwenden, weil ob ich jetzt so meine, ob ich jetzt mit Aufgabenlisten arbeite oder mit irgendwelchen anderen Tools und ich kann mich auch manchmal nicht entscheiden und habe dann irgendwelche Restanten, die ich mal in irgendeinem super tollen neuen Feature von 365 mal angefangen habe und dann liegen die da rum und dann wechsle ich doch wieder zu dem alten, gewohnten zurück, weil es bequemer in den Abläufen einfach ist. Ja, ich habe einfach festgestellt über die Jahre hinweg, dass Menschen immer mit den Tools arbeiten, die sie wirklich weiterbringt. Also ist einfach so, du kannst immer nur sagen, es ist ein super Tool, wenn die Leute das nicht akzeptieren, wird es nicht genutzt. Wir reiten heute nicht mehr mit Pferden oder Skigegen, sondern wir fahren mit Autos. Warum machen wir das? Ja, weil das Auto einfach schneller und bequemer ist zu reisen wie ein Pferd. Genau so das Gleiche mit dem Mobiltelefon. Wir nutzen heute alle, also ein iPhone oder ein Android, ist mal egal, aber zumindest ein mobiles Device und wir nutzen keine Nokia-Handtelefone mehr, die in den 90er Jahren modern waren. Warum? Weil es einfach uns mehr Wert bringt. Und genau so ist es mittlerweile, denke ich, auch bei den Tools. Und hier hatte ich einfach meiner Meinung nach für Site-Management oder für die, sag ich mal, für das Aufgabenmanagement nach wie vor nichts gravierendes geändert als der Kalender, so leicht wie das ist, weil die Leute arbeiten nach wie vor im Kalender. Machst einen Termin, steht er im Kalender. Machst ein Meeting, steht er im Kalender. Oder halt in Teams drin. Ja, das ist ja auch nur eine Synchronisierung des Kalenders. Und ich habe tausend Leute, die sagen, du kannst ja in Teams, hast ja zum Beispiel die Möglichkeit, dass du noch eine Gruppe adressieren kannst in Microsoft 365. Wenn du einen Channel hast, kannst du ja, wenn du über Teams planst, kannst du ja den Channel auswählen, was ja bei Outlook nicht so direkt funktioniert. Ja, gut. Bevor wir jetzt in das Thema Teams abdrücken, trotzdem planen die Leute weiter ein Outlook. Warum? Weil es einfach einfach ist. Ja, klar. Aber das ist das Problem der Unterschied zwischen einer Besprechung, nicht immer einem persönlichen Kalenderplan und einer Kanalbesprechung. Darüber können wir auch einen kompletten Podcast machen, insbesondere dann, wenn du dann in einem Kanal-Meeting vielleicht auch noch externe mit einlädst. Ja, ich wollte das jetzt nicht ausschalten, aber du weißt, was ich meine. Total. Und das sind genau die Pain-Points, diese Schwachstellen, die dann gerne bei der Einführung von Microsoft 365 in dem Adoption-Plan zur Umsetzung des Unternehmens mit Kalender selber erwähnt werden. Ja, das ist übrigens auch nicht nur deine Pain-Points, auch meine Pain-Points im Project. Vielleicht nochmal zurück zum Kernthema. Auch eines der Probleme, die ich sehr oft merke. Viele Leute melden sich bei mir und sagen, Blankwärts, kannst du uns mal ein Projekt vorstellen? Dann fahlst du es zum Kunden und zeigst Microsoft-Projekt. Dann sehen die das Tool und dann kommt der, wie läuft denn so eine Einführung ab? Und dann sage ich, wie sieht denn euer Projektmanagement-Prozess aus? Und dann kommt erst mal so ein großes, ja, wir haben einen Projektmanagement-Prozess, der läuft dann, dass der Projekt, nee, nee, das meine ich jetzt nicht. Wie sieht die Dokumentation des Projektmanagement-Prozesses aus? Haben wir nicht. Und dann sage ich, okay, welchen Reifegrad hat denn überhaupt die Organisation im Projektmanagement, um mit dem Tool zu arbeiten? Dann kommt auf der anderen Seite, ja, wir haben noch gar nicht mit Project gearbeitet. Wo werden plant ihr denn jetzt eure Projekte? Ja, in Excel, in einer Aufgabenliste, in Planner, in irgendwo. Dann sage ich, auch nicht so ganz optimal, vielleicht sollte man sich schon mal so ein einheitliches Tool, ja, Blanker, da haben Sie natürlich recht. Ich sage, Frage, habt ihr auch einen Betriebsrat? Ja, ja, den haben wir auch. Auch schon mal nachgefragt, ob der da so mit einverstanden ist. Wieso? Weil das Überwachung ist der Regelarbeitszeiten von Mitarbeitern. Also haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Also du siehst, dieser Punkt Technologie, wir machen einfach mal so, hat null, aber wirklich absolut nichts mit der eigentlich betrieblichen Organisation zu tun, wo wir unterwegs sind. Und das sind dann die Painpoints, wo man sagt, klar sind die Schmerzen da. Und wenn ich dann so einen Workshop mache beim Kunde und sage so, wir setzen uns dann immer hin, dann mache ich meistens noch so meinen alten Moderatorenkoffer auf, da kommen die Kärtchen raus, und dann sage ich, okay, jeder von euch schreibt jetzt mal die Painpoints auf, die ihr habt im Projektmanagement. Du glaubst gar nicht, wie unterschiedlich sie sind. Und dann schreibe ich oben einfach nur die Prozesse vom Projektmanagement hin, also die Standardprozesse, ja, Planung, Initierung, Steuerung, Durchführung, Abschluss. Und dann nimmst du diese Kärtchen und pinnst die einfach mal in die Wand. Und dann sagen die, ey, wir haben ja total viel bei der Vorbereitung des Projektmanagements. Also da liegt ja der ganze Hase im Pfeffer. Ja, genau. Aber das liegt ja daran, dass wir die Informationen, ich sage, merkt ihr was, wir bewegen uns hier gar nicht im Tool. Wir bewegen uns hier in eurem Prozess, in der Organisation. Ich sage, das Tool ist eigentlich nur daher zur Unterstützung da. Und das ist was, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich setze mir vor, ein E-Mail-Client ist die Beantwortung von Informationen. Ja, wenn ich das so sehe, klassische Lehre gibt es ja, wenn ich das einfach so nehme, einfach die soziale Kommunikation, die Sender-Empfänger-Kommunikation oder eine formelle Kommunikationsform. Und das kann ich alles mit dem Tool auch abdecken. Aber was, wie kommuniziert werden muss, das muss die Organisation hergeben. Das kann das Tool nicht. Das ist ein Werkzeug, das ist eine Bohrmaschine. Für den Handwerker, die Hilti nimmt, um ein Loch in eine Wand zu bohren, so ist Project das Tool für Projektmanagement. Ja, das ist aber viel zu fett. Ja, dann macht das mit Planner. Dann reicht das ja vielleicht. Aber dann müsst ihr zumindest mal wissen, was ihr haben wollt. Ja, und das ist so meine Problematik in der Einführung solcher Tools. Weil die Organisationen denken, naja, nimmst du einfach eine Lizenz. Komm, lass die 5 gerade sein. Wir nehmen gleich eine P5. Da ist alles drin. So, dann kommen die Anbender P5-Lizenz. Das habt ihr gar nicht gebraucht. Das hätte alles von der P1 gekonnt. Ach so, ja. Ja, und das ist so der, wo man dann sagt, so der Aufbau. Also, wenn man sich für sowas interessiert, mein Tipp, wirklich von Anfang an, erst mal die Prozessanalyse zu machen. Danach nehmt ihr eine Spalte auf der rechten Seite und schreibt dann einfach mal, welche Informationen werden eigentlich zu diesem Prozess aufgenommen? Daneben eine Spalte nach einer Razzianalyse, also Respondable, Accountable, Consulting Information, wer bekommt, welche Informationen wird wie verarbeitet? Wenn man nämlich das hat, dann kann man nachher super genial auch ein Lizenzmodell abbilden von Microsoft, weil man die Rolle hat. Also Microsoft wickelt ja im Projektmanagement nicht mehr die Lizenz an den Projektleiter, sondern geht wirklich dann vor an eine Rolle, Projektmanagement, Portfolio Manager. Das kann man dann super skalieren und dann kann man auch argumentieren bei der Geschäftsführung, pass mal auf, hier brauchen wir eine P5. Warum? Ja, weil der nämlich das und das und das und das muss. Weil da kommen ja immer noch mehr zu. Jetzt haben wir FIFA Goals mit reinbekommen bei Project. Wir haben Power BI mit reinbekommen. Ja, 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 ja. Weil ich muss zugeben, alles, was jetzt inzwischen unter dieser Schirmtechnologie oder im Schirmpräfix Viva wohnt, es ist nicht immer sofort durchschaubar. Sagen wir mal so, noch nicht mal durchschaubar. Die Problematik ist, das habe ich mal im letzten Podcast auch angesprochen, OKR, also Bullshit of Projektmanagement. Ich habe den Titel gesehen. Es musste sein, weil es schmerzt, es schmerzt sowas. Jeder, der in der Bubble 365 ist, meint Leuten, erklären zu müssen, was OKR ist, was überhaupt 0,0 mit dem Thema zu tun hat. Und bitte, OKR ist kein Projektmanagement. Es ist kein Projektmanagement, es ist eine Managementmethode, aber kein Projektmanagement. Es musste einfach sein, da muss ich auch mal ein bisschen Dampf in meinem Podcast fachlich ablassen, weil es einfach falsch ist. Es ist falsch. Und Microsoft, wie gesagt, da auch. Ja, Marketing, super geil. Hier, klickt er da, Import, Planner, to do, und schon habt ihr ein OKR. Ey, also wenn OKR so einfach wäre, ja, dann könnte man sich ja mal mit einer Boston Consulting und sagen, hey, wir brauchen euch nicht mehr bei der Beratung. Ihr könnt nichts mehr machen, wir machen das sofort mit einem Tool. Also es ist nicht so ganz einfach. Ja, ich nenne das immer ganz gerne, dass das dann halt auch ein Lizenzvertriebsvehikel ist. Ja, weil es gibt ja nicht ohne Grund auch einen Markt dafür, halt für Softwarelösungen diese Lizenzanalyse machen und zu gucken, inwieweit man denn mit diesen ganzen Cloud-Lizenzierungen nicht auch überlizenziert ist, was die Funktion angeht, um überhaupt erstmal einen Blick dafür zu haben. Das ist ein wichtiges Thema. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ich habe nämlich heute auch nochmal, wir haben mittlerweile bei Project ja fünf Lizenzen. Ich sage, wie, fünf Lizenzen? Das stimmt doch gar nicht. Ihr habt da nur eine P3, eine P5 und eine P1. Nee, wir haben noch eine Essential und wir haben da noch eine Project für Office-Lizenz, die bei jeder M365 mit bei ist, wo ich dann E-Mails bekomme, also die rausgekommen ist, lalala, Blankos, wir haben Project jetzt umsonst. Nee, habt ihr nicht. Ja, das ist nur, ihr dürft jetzt kugeln. Ja, mehr dürft aber nicht. So, dann denkst du so, okay, wofür braucht ihr denn überhaupt eine P5? Was macht ihr denn? Macht ihr ja Project Online alt oder Project for the Web? In Project for the Web, dann braucht ihr momentan überhaupt keine P5. Die P3, wollt ihr kritischen Fahrt haben, dann braucht ihr eine P3. Das wird so komplex mittlerweile, auch bei den Lizenzen. Also Microsoft war mal einfach, fand ich cool. Die haben gesagt, hier, P3, P5 brauchst du, das kannst du ganz einfach sagen. Da sind wir wieder weit von weg. Weit von weg. Dann haben sie bei uns gesagt, ja, alles gut, wenn ihr natürlich aber jetzt Power Automate nutzen wollt, dann braucht ihr noch mindestens eine zusätzliche Power Automate Lizenz. Dann haben wir so MVPs gesagt, nee, das ist nicht so gut. Warum? Da sind wir nachher ruckzuck bei knapp, ich glaube, ich habe es mal ausgedrückt, 112 Euro, weil die Power Apps Lizenz, die kam auch noch mit bei, pro User. Da sagt Microsoft, du sollst eine Dynamics Lizenz nehmen, ist doch günstiger. Ja, ich sage, super. Ich sage, von einer P5 zu einer Dynamics Lizenz, da liegen aber noch mal knapp 60 Euro zwischen. Das erkläre ich jetzt mal meinen Kunden, oder was? Ja, das ist halt genau der Punkt. Und das haben sie auch eingesehen. Also deswegen sind auch die ganzen Lizenzen umgeformt worden. Also wir dürfen jetzt, solange wir auf den Dataverse der Project sind, auch die Automatisierung mit der P3 und P5 machen, mit P1 machen. Und wir dürfen auch jetzt, sage ich mal, drei zusätzliche Tables in der Dataverse mit einer P1 Lizenz anlegen und 15 mit einer P3 und einer P5 Lizenz anlegen, wenn man sie braucht. Und das ist wieder dann die Frage, was will ich überhaupt? Was brauche ich in meinem Prozess? Welche Felder brauche ich? Welche Informationen sollen verarbeitet werden? Es ist so unterschiedlich. Und dann kommt jetzt ja noch die FIFA Goals mit hinzu. Dann kriege ich eine Mail. Wie kriege ich das? Ich habe das nicht. Ich habe doch FIFA. Nee, hast du nicht. Ja, das ist das, was ich meine. Doch, habe ich. Nein, hast du nicht. Dann musst du erst eine Zusatz, ach, das kostet jetzt 5,35 pro User. Nee, dann müssen wir das nochmal überlegen. Ja, überlegt mal. Das ist, ja. Wobei ich die Produkte cool finde. Vor allem das Logo. Das haben sie ja super gemacht. Die verschiedene Farben, ein Logo. Alles super. Ja, also ich finde ja, also es sind Teile aus dieser Viva Suite, finde ich wirklich praktisch und die helfen halt auch im täglichen Arbeiten. Bei manchen verstehe ich den Sinn noch nicht so ganz, dass da versuche ich halt, das noch verurteilsfrei aufzunehmen, die Information. Ja, ich sage es mal so, aber es ist, wie es ist. Ja, FIFA Goals macht absolut Sinn, weil ich glaube, zu wissen, dass es kein vergleichbares Produkt wirklich gibt für OKR. Also für OKR zu messen, in dem Falle, wie es Microsoft macht, ist, glaube ich, einzigartig. Und deswegen glaube ich auch, dass das Tool ein sehr gutes Tool ist. Wenn man sich mit dem ganzen mit dem Object Key Results mal wirklich beschäftigt hat, was wirklich eine Management Kunst ist, weil dann kommt bei mir eine Mail reingeflattert, sonntags abends. Herr Blankers, wir haben mal eine Frage, wie kriegen wir das, dass die Abteilungen sich untereinander nicht sehen? Nein, die sollen sich untereinander sehen. Das ist genau der Sinn von OKR, dass das transparent ist. Das wird es nicht geben. Achso, dann können wir das. Wir wollen das nicht, dass die Buchhaltung die Ziele von der Fertigung sieht. Ja, doch, das ist leider so bei OKR. Und das ist genau, was ich meine. Das ist nicht einfach mal klicky, klicky. Dann macht man das und dann läuft das alles wunderbar. Dann muss man sich schon vorher so ein bisschen beschäftigen, wie das Ganze läuft. Das ist halt auch ein Prozess und auch ein kulturelles Thema im Unternehmen natürlich auch. Gerade bei etablierten Unternehmen. So, möchtest du vielleicht zum Abschluss noch eine Lanze für Microsoft Project, respektive Project Online brechen? Es ist die beste Projektmanagement-Plattform, die es auf dem Markt gibt. Da brauchen wir nicht mehr zu diskutieren. Wie hießen die anderen noch mal so? Jira? Nee, warte, das muss ich schneiden. Nein, da wiederhole ich nochmal. Also für mich ist es einer der besten Projektmanagement-Plattformen, die auf dem Markt existieren. Völlig konkurrenzfähig zu anderen Produkten. Und was halt ein sehr großer Vorteil ist vom Microsoft Project, dass es eine 100-prozentige Integration in andere Microsoft-Produkte gibt, was einfach die Stärken der Lösung sind, auch schon über Jahre hinweg. Natürlich kann ich mit anderen Lösungen arbeiten. Die Frage ist natürlich, wie weit sie die Schnittstellen unterstützt und wo kriege ich meine Informationen raus für die anderen Tools. Und da ist Microsoft einfach ungeschlagen, weil ich es einfach mit anderen Tools sehr einfach verbinden und dementsprechend auch nutzen kann. Selbst wenn es zum Beispiel eine Zuweisung, eine Aufgabe ist, die ich mir als E-Mail zuschicken lasse, ist ein Projekt relativ einfach mit einem Klick schon integriert. Da brauche ich überhaupt nichts irgendwie anzupassen oder zu Custom-Eisen. Cool. Tom, danke für deinen besuchen Podcast. Ich habe zu danken. Das war so ein bisschen eine hitzige Diskussion heute, aber ich fand es ganz witzig und danke für die Einladung. Danke, dass ihr heute auch wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal beim Tech & Community Podcast. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.